moin moin was geht und herzlich willkommen zum neuen video auf meinem kanal heute geht es auf die suche nach dem bunker ich hoffe finden schauen wir mal angeblich sollte man da reinkommen weiß ja noch nicht werden alle sehen und dann sind wir gespannt drauf dann gehen wir suchen apropos das was ich vorher gesehen habe zum anfang das im hintergrund das ist die basilika maria trost ist eine wahlfahrtskirche in kreuz wenn es jetzt heute in der zeitung drinnen gestanden ist dass es da gibt man muss ja nicht unbedingt da eine gehen wo alle leute dann vorbeigehen deswegen gerade die vorsicht und da sieht man wie man es vorher schon gezeigt haben schon die rechtsbestände aber da stinkt es irrsinnig aus in der moda das holt so sehr das liegt eben der ficht runter schau ich noch ob ich noch irgendwo anders was finde sonst war das nicht wirklich großartig was heute einen irrsinnig schönen teich habe ich heute gefunden noch aber mit dem bunker ja so ist es halt man muss halt öfters mal wo hinschauen dass man es vielleicht sieht vielleicht auch wirklich was übersehen wie schon gesagt ich werde nochmal herkommen aber ich hoffe ihr habt es heute auch mit dem kurzen video und auch mit dem herbstlichen mit dem herbstlichen wald ein bisschen erfreit gehabt mit dem basilika von entfernen halt ein bisschen dann wird mir auf einen daumen hoch rein und schreibt das nächste mal wieder ein wenn sie es kommentieren einfach ob euch solche kurzen videos auch gefallen und auf jeden Fall dann 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 bis zum nächsten mal tschüss